Du gehst wirklich angeln, ne? Ja. Was ist passiert in deinem Leben? Ich kapier nicht, wie jemand angeln gehen kann. Das ist mir unbegreiflich. Ja, ich hab relativ spät angefangen. Das ist schon mal eine gute Eigenschaft. Warum angeln? Wenn man da aufwacht und die Natur erwacht. Und wirklich alles erwacht. Und es ist Ruhe. Ich liebe diese Ruhe. Es geht ja gar nicht um den Fisch oder ums Angeln. Es geht einfach um diese Ruhe. Stimmt das, dass man in Deutschland nicht angeln darf ohne einen Führerschein? Ohne einen Angelschein. Was machst du da? Insbesondere in Bayern ist es extrem. In manchen Bundesländern kann man den vielleicht sogar kaufen. Aber in Bayern musst du den machen. Wie lange dauert das? Das waren sechs Monate. Wie bitte? Ja, sechs Monate. Das waren über 2000 Fragen. Wissen Sie das? Es gibt Leichtzeit. Wusste ich nicht. Aber im Saarland muss man einen Angelschein einfach 10 Euro oder was bezahlen. Ja, klar.